willkommen zu ach gott stop so willkommen zurück liebe leute zu super mario land es geht weiter und wir hatten jetzt nur noch wir haben nur noch die vierte welt vor uns bei der es zu was ich das bin dass sie schaffen werden und das wird der ist immer wieder weggetragen über den ersten drei welten auch schon und du gehst jetzt bitte dahin stoppen der schlechter dort ist das richtige ich habe jetzt drei leben das ist gut und jetzt machen erst wieder selbst etwa dass sie sieht reicht es kompliziert aus denn die vierte welt und soviel kann es verraten richtig y selbst und man ist auch kompliziert und zwar zu gest richtig weil du dann wirklich meine pause hattest du auch wirklich gebraucht hast alle hatten schnapp atmungs ausruhe pause jetzt weiß ich halt gerade nicht weshalb da bei euch jetzt so ein zwar zerrannt ist der beiden anderen nicht da war aber das kann jetzt herzlich egal sein wir akzeptieren es so wie es ist was da ihr natürlich hat alles so ist es ja ich wurde gerade von einem ich bin ja auch ein bisschen weil du bist weil du es bist hier aber bitte schon jetzt den 1 spielstart da das ist bisschen so auf sie nächstes mal gemacht hier ein bisschen in die richtung geht ja wir haben drei spielstände da oben der platz ist exakt einmal noch neue weil du es bist und jetzt bekommst du es hin ohne zu verrecken den weinen diesen jetzt werden auf der beste voraussetzung wir haben selbst jetzt haben drei leben alle schuppi tupi dann sollten wir es jetzt auch hinbekommen wer ist mir nicht so sicher da ist ein abgrund und da ist ein ninja auf den kann man einfach draufhauen und der existiert immer noch nochmal draufhauen das muss man da irgendwie schon hoch springen das ist jetzt ein komplizierter aber erst haftet ich schaffe es und auch dorthin und stoppt wer hat man liebte es helfen müssen egal noch macht sofort aber ganz schnell ja bis nächstes mal wieder frühjahrs helfen das hätte ich dir auch übrigens machen können musst nicht du selbst machen ja aber ich will ja ich muss auch hinbekommen weil campers halt jetzt nicht ganz im vollbild hier ist sondern die schwarzen rente hat ich kann es nicht sagen aber das ist mir jetzt auch erst egal das ist mir erst im kannst du hinten lassen das verfolgt ist eh nicht weiter ja wenn ich weiter als bis zum plattform ja und weil die ich bin meine träume und noch weiter und ihr seht schon wir haben wohl bei wieder tut laut diesen selbst steht hier das war ich jetzt ja ja hupsela stopp warte es tut mir ganz toll leid äh warte 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 naja und zwar ränchel ich jetzt hier durch du ränchel ich jetzt hier durch ich ränchel hier durch du ränchel hier durch er ränchel hier durch er ränchel hier übrigens durch er ränchel hier durch freu dich wo save an dir es da ja Ja. Nimm mal was. Äh. 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 So. Exakt. Ja. Das ist ne ganz tolle Idee, weil jetzt haben wir hier ein paar ganz tolle Sachen. Krass. Ich hab mir gedacht, dass du die Erlaubnis gibst. Ja. Ja. Fils auch. Siehst du, was geht sonst nie, Alter. Ja. Nein. Fils. Ja, laden. Fils. Ja, laden. Wir brauchen ja allein theoretisch alle, ähm. Selbst alle Leben, die wir nur bekommen können für unseren Endboss. Der vermute ist in Welt 4 auf uns sitzt und wartet. Es gibt einen Endboss. Warum sagt mir das keiner? Du, es ist ein Mario-Spieler, gibt so gut wie immer einen Endboss. Oh. Ach du. Und jetzt halt nicht noch mal runter. Der Endboss ist aber keine Termin. Nee, das haben Endboss am meisten zu Ansicht. Ja, Endboss am meisten, aber auch an sich, das sind meistens auch keine Endboss. Was hier? Keine Menschen. Noch nie ohne ich hier gespielt. Nee, das ist jetzt. So. Ja. Ich würde jetzt gerne eine Stamm-Attacke machen. Ja, dafür ist das Spiel ein bisschen zu alt. Denn die gab's da noch nichts. In meiner Weise. Warum erzählen sie mir irgendwelche komischen Ninja-Affen mit dem überall auf den Kopf? Pass auf, auf. Hier schau mal der nächste Ninja-Affe. Nein! So, das letzte Mal, dass wir jetzt diesen Safe-State laden. Das nächste Mal laden wir einen anderen. Nein. Okay. Das letzte Mal. Das nächste Mal, wenn du failst, lad das 1-1. Mach das. Das wäre ein sehr interessantes Let's Play. Nee, im letzten vierten Welt sind nicht wir alle happy. Die backen uns einen Eiskuchen und freuen uns. Ich backe mir ganz bisschen keinen Eiskuchen. Was ist denn die Frage, was ist eigentlich zum Haken ein Eiskuchen? Das heißt, keine Sau. Ich bin entschlossen nicht. Auch du warst nicht, was ein Eiskuchen ist. Was ist ein Eiskuchen, ey? Konzentriert dich lieber an, statt dir irgendwelche Faxen zu machen. Nein, ich mach lieber Faxen. So, also. Wir machen jetzt gleich wieder so einen Safe-State. Bis dann müssen wir den alten ja noch verwenden. Nimmt alles nix. Aber das bekommen wir jetzt auch hin. Nee, jetzt nicht. Doch. Nein. Du bist so vorsichtig. Ja. Bis immer. Standard-Satz. Ich komm gleich mit meinem Standard-Satz. Richtig. Der gefährliche Standard-Satz. David, ich hab's doch. Lass doch. Lass doch. Lass doch. Warum? Weil wir ein Safe-State da hinbauen. Ja, aber noch. Im Fall, dass man vernippelt. Warum? Warum? Warum hast du mich vernippeln lassen? Weil ihr Safe-State dann wirklich im Notfall Gold wert sein kann. Safe-State. Nö, nicht wert. Nö, nicht wert. Schau mal. Ja. Jetzt bleibt er nicht den. Der Typ erweckt ist. Das ist irgendwie dumm. Lass Y. 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 Ich hab' nicht endgültig zu weit hinten. Nein, der ist Scheiße. Der passt schon weiter zu kommen. Nein, ich verliere direkt meinen Pilz. Das ist keine gute Idee. Hm? Meinetwegen war du bist du einmal Y hier. So. Das letzte Mal ist Y. Also, bevor wir was neu schreiten. Gut. Gut. Oh, jetzt kannst du was noch nicht drüber schreiben, wenn du meinst. Obwohl, nee. Ich hab' noch Pilzen verloren, das macht es nicht mehr. Super. Und auch jetzt werde ich nochmal Y umladen müssen. Mach' doch alles Spaß. Jetzt sind wir gerade an der Höhenstelle. So. Dann musst du mich immer noch da dreimal irgendwie rüber hoppeln. Das ist schon besser so. Und hier auch gleich anwendbar. Ich will da hoch, ey. Ich will da hoch, ey. Voll gemein. Ich will da hoch, ey. Voll gemein. Das ist denkbar unklug von dir. Du musst da nicht hoch. Da gibt's bestimmt irgendwie Münzen. Ja. Aber das erste Mal bei deinem Pilz. Ja. Und danach sub-Diop Hexe Hexe nicht mehr. Der Pilz war dort drin, du hast. Ja. Ja. Ich will mal wieder mit dem Self-Diop Hexe geladen. Wir müssen uns mal so ein bisschen weiter bewegen, ne. Mhm. Es hilft alles nichts. Ich finde es aber schon hier. Es ist auch landschaftlich sehr ansprechend. Ja, das ist das alles schön programmiert. Aber trotzdem. Das ist deinem Mann. Es geht. Es gibt immer Relevel. Ja. Aber nicht viele. Doch. Viele. Leider. Ich bin mal Party oder so. was mit der Tastatur. Ich wäre aber nicht. Nee, das wäre kein Mensch. Ich bin kein großer Fan von Mario Party. Ha. Du musst uns mal Party spielen. Was von zufällig. Also. Letzte Upsalala. Lala. Hier war der Wind. Nimm das hier wegbekommen. Hast du denn? Das hat mir vielleicht safe. Bis später. Wir helfen uns doch nicht. Safe jetzt aber trotzdem mal. Weil hier wird das jetzt bisschen heavy. Das ist doch kein Problem. Deine Worte in Gottes Ohr. Nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Okay. Wir wollen doch nicht, dass unser lieber Gott nicht. So dass unser lieber Gott kommt. Nein. Ja. 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 Du meinst es ist volle Skills, ne? Das ist nicht so. Das machen wir alles absichtlich. Alles absichtlich. So die ganzen Fails sind geplant, ne? Ja. Und es sei denn du bist der babbo. oder das heißt doch einfach muss man mit dem planer ist im moment das passiert da musste leider auch die lehrt da muss aber drauf springen und sie ist werden es gerade und es hält sitzen sollen schlauer gewesen die merken uns bis jetzt hier mal es war gewesen und ich überlacht denke aber gut macht nix jeder meins macht mal fehler auch du sich durch klassischer anfang zu erinnern alles klar so laden wir und mal wieder sind von dir ist der lehrt ich denke alles ist scheiße das denken wir alle weil ich singe gerade jetzt kommt kostet ready tausende anrufe ich bin taub ja weil die auch alle meine telefonnummer ich bin da hat gerade meine telefonnummer gesagt habe ich doch gerne getan irgendwie soll ich sein jetzt auch sagen ich hoffe ich erinnere mich gerade dass ich hier rauszukutten ich hoffe es muss ich mir merken rauszukutten ich hoffe das nicht muss erst rauskutten gemerkt ich könnte mir mal anrufen ja sonst noch was hier was denn haltens die gruppe so wir konzentrieren uns jetzt stopp mal wir warten irgendwie ins heftigstecken ja mach so safe y save stand gesetzt nun geht es weiter findet immer noch das setzte komische schwarze ränder sind die von nächster wahn und ihr selbst hat war definitiv mehr als notwendig doch der war mehr als notwendig das doch die maus da so ja ich hier save ja ja perfekt meinheit so die zeit läuft langsam ab ja ist mir egal ja ich kann noch mal so und dann ist alles gut und dann ist alles gut wir schaffen nicht die andere frage David mach mal was David wieso tust du so bemerkenswert auf deinen job nicht ich hab grad nichts haut weil ich ne sms bekommen hab wenn ich irgendjemand angerufen hab doch kein guter job du vernachlässchen schnell lade kein hektik wir haben alles heiter welt das einzige was du kannst ich kann mehr als die hälfte zu laden keine angst sehr witzig äh es war kein witz was was also wir kannst kurz das telefon kommt mir gleich äh ö ö ö sch ö ö ö ö ö Ja, ich habe theoretisch empfangen und ich habe sie auch eigentlich schon geschrieben. Die Frage ist, ob man da sein muss, aber es ist offensichtlich, wie es die Mütze ist. Ja, dann würde ich halt abends, was gibt es morgen Abend. Okay, also bei Spaghetti oder Lasagne, kann man die Weisbrüche auch noch mal zu treffen. Ja, lassen wir doch einfach zwei Weisbrüche, die Pressik haben wir noch nicht vorausgesetzt. Es gibt Spaghetti oder Lasagne ansonsten. Okay. Bitte? Nein. Ja, bis später. Ja, ciao. Ja, okay. Und dann kann man frei, um Abendessen. Sie ist gar nicht so Zeit. Aber das ist echt so, ja. Und macht nicht mehr für die Klammer. So, naja, jetzt hätte man weiter geht's. Kann das vorbei. Also, ne, packen muss ich nicht immer ein Telefon noch mal rauszurechnen, sondern, so schön kam man erlicherweise auch ein Telefon naht. Ja, ja, also nicht wundern, wenn die Bilder was rausgeschnitten wurde. Das ist alles ein bisschen blöd. Genauso wie der Typ hier. Ja, so. Der 100 Sekunden scheitert. Das Level zu beenden ist, dass die ganze Zeit nur auf dieser Plattform rumswebt, wie so ans Webebalg. Der Schwebebalg. Aber ich glaube, das Level hier geht zum Matanen, ist ja nicht mehr ganz so lang. Ja, ja. Wunderbar. Äh. Ja. Ich glaube, ist ja das Level zu laden. Ich denke, aber wenn die Maus auf deiner Seite ist, kann ich das nicht, mein Lieber. Lad mal das Level. Halleluja. So, also. Werd nicht verrückt, sondern konzentrier dich wieder. Ich laberlein. So. Halt, stopp an dieser Stelle. Was denn? Wir hätten da irgendwo saveen müssen. Ja. Mach an der Stelle jetzt weiter. So. Stopp. Stopp. Das ist ja wie jetzt hier. Und extra. Ja, ja. Die Ersatzliste. Und hier. Und laden auch den nochmal. Weil wir bin erst mit dem hier. Und wieder hoch. Direkt hoch. Es geht nicht. Ich hab's schon probiert. Es geht bestimmt. Klaube an des. Dann geht's. Schau mal. Hier. Warte. Hier. Ja. Warte. Jetzt geh weit wach. So auch gut. So. Wieder groß. Ich bring jetzt da rüber. Alles halt der Welt hast du. Hoch da. Ja. Noch dessen Münzen. So. Erlässt du da. Ja. Achtung. Ja. Ja. Das wird's nimmer heavy. Wir sollten vielleicht beißern. Ja. Wär schlau gewesen. Hm. Mann. Ich bin auch selbst so dumm und stell mir. Ich mag keine schlauen Sachen mehr. Stell mir ein Bein hier. So. Hast du doch mal eins. So. And again. The same thing. Yeah. Rudelbaumann. Das hast du gar nicht gut gemacht. Ich sag mir mit Rudelbaumann ey. Der ist Rudelbaumann. Ich weiß. Ich kann keine Rudelbaumann. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Stell mir die Kratze vor. Hey. Ich bin Rudelbaumann. So. Also. Ab nächstes mal kostet das zurückstellen. 20 Cent pro zurückstellung. Wir merken uns noch mal 20 Cent. 12 Cent pro schauen im folkland? Okay. Das ist die Kratze vor dem Nein, das würden wir sowieso nicht schaffen, außerdem machen die das hier ganz gewiss nicht um das schaffen wir jetzt Machen jetzt hier ganz gewiss nicht umsonst dieses self-states dinger da rein Da haben sich die entwickler was gedacht für diesen emu Und zwar was gutes gedacht denn es macht dann es sind da so ein zerstör dran zu bauen Du hast nicht gedacht hier Unsere ich habe bock auf merkels Ich sagte ich habe keinen bock auf merkels Ach gott sollten wir selber ich hasse Ich glaube wir sollten irgendwo es helfen Ich glaube ich sollte nicht meine gedanken auspressen sondern es einfach machen Da tue es irgendwann mitten im flug stopp jetzt helfen wir Ach das ist doch mal nein das würdest du nicht gut finden Achtung da kommt was auf die schuhe Die welt ist elefantastisch sie ist wundersön und wir sollten auch von kindergarten das Also Natur ist geile kindheit mit elefantastisch und seine mutter maus aber Weiß nicht das ist meine schwester das hat ich doch noch meiner kinderle und du bist älter als es Du hattest dann mit der maus aber das soll nicht topic sein Die gab es schon seit den 80ern Als ob er macht damals kein fernseher hat wird natürlich nicht Deine mutter ob das stimmt Ich erinnere mich immer noch an diese löser in der wand die du mit dem hammer reingehauen hast ich darf sowas ja erklärt das war deine mutter zu du musst du darfst an die erstelle musst du noch einen pilz haben sonst wirst du mich vernippeln das in der stelle jetzt kein kein leben verlieren vorsichtig und gut handeln doch jetzt mal und zwar bei den nicht im salon das notreserve und jetzt haben der lesen geschafft also war das hängt und so damit haben wir das da schon 24 minuten kommen wir packen des nächstes noch drauf auch wenn die partie jetzt vielleicht einmal sehr wie werden ich möchte nicht mehr erst zwei partie ich will schon verwenden und hier haben wir etwas was aussieht wie wasser aber auch lava sein kann haben wir es uns als weißen einfach nicht erkennt wobei es gibt dann nur noch bis 4 3 eigentlich ne egal machen wir weiter passt und das letzte der wieder her wieder brauchen wir total lang deshalb sehr ganz gut das letzte der einfach länger brauchen so also alles im visier ich würde es dir nicht vertraut wir hatten wir hatten mit fels self states machen soll dann machen wir es einfach spätet jetzt das hat echt dumpfen und zu kennen gemacht haben das haben wir ein herz aber ein selbst sind habe ich gerade sind selbst geladen gespeichert gott ist dummes hund kind naja ist ja jetzt ein bisschen anspruchsvoller vielleicht haben wir es auch so will ich den abgespeichert mal sehen der war welt 4 1 das ist ganz einer ganz anderen welt und das ist total komisch aber so ist es gut was du haben wir nämlich noch unser leben wenn wir die nächste welt rankommen ich habe jetzt nichts drücken nichts drücken wird machen feide pfeil safe so gut erledigt ab und zu lassen runter so die über der pulsen der über frühjahr die kacke also das sind berg im hintergrund also das sieht nicht so anspruchsvoll aus anspruchsvoll aus wieder auch gott sind wie die anderen level die bild zum teil hatten genauso an das ist aber anspruchsvoll aus was rein logischerweise auch sinn macht weil es ein höheres level ist dir fällt was auf da kommt was runter stopp selbst runter da und 7 erstmals helfen karl im mb wir spielen spielen und sind es lässt so ist denn es dass er später zu holen ist das macht Spaß und wir hatten sich ein bisschen wie das Team mit von Homebrew Senne ich kann es beunruhigen wenn ich es nicht Homebrew Senne ich habe die Aktionen wo man Konsolen offen und morgen kann mit z.B. Safehacks oder anderen tollen Sachen was genau was exakt ist perfekt wir sollten vielleicht mal das Safe, egal sollt ihr nicht so oft darüber nachdenken ja mach doch eigentlich schon mal die ganze Zeit und dann kannst du saven ich sag das ist mein Ziel du Lubi aber warum hast du jetzt schon wieder die Finger von der Maus genommen weil ich immer noch im Feld bin ich traue nur ein Klick zu machen ja aber ich du müsstest gar nicht verrutschen weil ich die Maus nicht in der Hand habe dann ich habe sie nicht in der Hand jetzt holi den Gebumste da ich hol mir mein Gebumste und ich will Hallo so erstes zusammen mit abbekommen besser als nix und jetzt hätten wir stopp in der air das stift nur so allgemein nach gott sehen ist das hier ein hey und es bringt auch gott wir hätten helfen müssen nein will ich mal laden und was wird ich wohl schlossen am ist gerade laden das weißer das kann zu stimmen folgen führen und nach dem jetzt bei gibt es den einblick in andere geile games die auf derselben ente laufen wissen was dann noch drauf du willst du es nicht wissen aber wir haben ein mario game in diesem bei dieser übernachtung ganz gesorgt und ist ja auch viel weiter was wir in fernsehlich noch eine sache mit uns als aber treffen und dann bin ich happy was wenn ich passieren der gast wird angst haben ja alle gestern angst haben wir das nix das ist nichts neues alle haben angst von mir nein wieso denn ich bin noch nicht böse nein 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 jetzt konzentriere ich dir aufs bilanz und es heiße zu labern ich laber immer ja das weiß ich leider so also jetzt konzentriert es macht keinen fehler ja und dann tust du es trotzdem einspringen als wenn es irgendwie so geile gummiwärten zeichne wer so mach jetzt mal was gesagt ich hier es jetzt lakanzgummiwärten magst du das weiß es ja weißt du aber auch noch nein ich weiß dass du mich mal klärt hast an deiner party wo ich das einzigste eingeladen war wo du die ganze zeit das mit der kritischen besten vollgestopft hast die du gekauft hast für deine partygäste von denen nur ich da war und keine kritze gemocht hatte was und das ist nicht vertreten ja jetzt weiß das wieder Applaus wir wachsen alle unser Ende dafür konzentriert ist das nächste telefon spiele weiter und jede warum ich will nicht reden hallo rede lass mich in Ruhe also da werden wir mal wieder tot wie es halt immer ist ja da hat das Spiel geschafft bin ich gut hallo hallo ähm ich hasse alles david ist einer dieser menschen die haben nie ihre Ruhe an denen will immer irgendjemand irgendwas unwichtiges haben hat das das total krank will ich nicht ausreiten da habe ich jedenfalls nicht ohne dass es mir die Psychiots noch schlimmer sind Nein. Also, ihr könnt es hundertprozentig nicht hören, aber ich glaube, es wird uns Frau Kaiser, die Katze. Ist Frau Kaiser da? Nein. Ja, auch oben. Aber du willst keine Summe essen. Hä? Willst du die Summe essen? Nein. Wo ist die? Nein. Sicher. Nein. Was hast du hier gemacht, Junge? Nein. Ja. Du hast doch nicht gerade auf einer Luft, oder? Ja. Du willst die auf einer... Wie? Äh, genau. Warte kurz hier. So. Begattung. Super Begattung. Äh. Genau. Ich habe eine lange, lange Hassgeschichte mit dir. Mario spielen. Ja. Wie sieht sie mich das hier? Äh. Genau. Also, das kann ich glaube ich vergessen. Nnn. Hier. Äh. Float. Hier. Äh. Jetzt. Komm. Hallo. Nein. Okay, ich werde verrückt. Ganz langsam, aber sicher. Merkt man daran, dass ich fünf Rosen frage. Obwohl nein, gut nicht. Ach ja. Ich bin der Kopf. So, wie wird das? Marshmallow! Ich mache es einfach so weiter. Ich habe keine Lust. Ich muss schon wieder einen Rampf einlegen. Ich habe keine Lust. Da war ein Stern. Okay. Laden. So, öffnen. So, komm. Wieder weg. Nein, ich hätte es fast geschafft. Ja. Ja. Perfekt. Ich werde allmähnig lieben. Ich habe diese Nacht nicht richtig viel geschlafen. Ja, das mache ich gar nicht. Nein. Ich muss das jetzt schaffen. So, persönlicher Ehrgeiz baut sich auf und will zur absoluten Vernichtung des Spielers. Äh. So. Okay. Super. So. Alter. Kann mir kaum mehr fast so vor als hätte ich irgendein Video oder so. Nein! Es war so gut. Was? Es war so gut. Du bist in Welt 4, ne immer noch in Welt 4 2. Ja, ja. Kann klar. Bist du weitergekommen? Nein. Ich bin nie weitergegangen. Du hast als ob du kein neuen Safety Gesetz hast. Kind. Nimm 37 Minuten auf und nichts Neues passiert hier. Es ist unter aller Sau. Es hat ein bisschen was zum Essen mitgenommen. Unter aller Sau macht aber Spaß. Jetzt kommt noch ein bisschen was zum Essen, das stimmt nicht so, überhaupt, kein Ahnung. Genau. Es geht anders. Was? Was? Nein... Was? 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 aber immer tue ich mal die hälfte hinladen ach so ich muss da drauf nein damit gerade kann er nein wenn dann kommt es ohne sterbe ohne große seien hier kommt nun ab ja nein ich bin zu langsam noch mal ich muss da zwingend durch ich brauche zwingend den pilzen jetzt ab sonst kommt ja hier ja da doch gar nicht so schlecht ich denke ich bin doch so schlecht wie ich denke hier 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 ich habe Panik wir haben alle Leute ich sage ich habe Refaktor ist helfen ja es ist sehr gut da kann zu machen ja fachkopf mhm so 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 alter ja macht die auf den darüber jetzt wird noch mal neu anfangen wie du da weil ich habe ich habe dass die einen machen die welt nicht immer doch ganz nein doch nein nein ich schaffe es nicht es geht nicht nur ein leben das geht doch es geht doch es geht ich weiß es hallo haben wir ein leben ja hier kommt man nicht durch dann auswahl noch zwei leben der bei 0 ist auch noch ein doch hier kommt man nicht durch es geht ja so da sind wir jetzt wieder wissen dass vorher mache unterwegs und müssten es jetzt eigentlich hinbekommen wir haben das vorstehe was bei marke schreibt und auch solche fälle weil dass man nicht da verklickt mit seinen kerserfingern doch in relativ hoch ist die was eigentlichkeit wo es wissens mehrmals viel lernt ja genau tüte mich tüte mich tüte mich aber dumm gefragt ja nicht gut passen ja macht nix das problem ist halt ich brauche später unbedingt diesen pilz diesen stern ja ich verstehe ich glaube wir können das jetzt noch du hast ich habe sie vor 15 uhr fertig werden damit wir haben optimistisch jetzt kommt der schwierige teil damit treffen gut dass wir gesagt haben die der sekunde selten nur ganz ehrlich so und ging auch für so ein fall ja so laut y dann ja damit merken er will dann so richtig witzig sagt voraus ja und da haben wir das letzte level auch die ganzen part genommen die ganze letzte folge geht ums letzte level weil das dauern wird ich kann das hier an dieser stelle ich helfe hier an dieser stelle hallo jetzt haben wir diesen frage seinen feld hin da du guckst trotzdem auf den stern auch wenn wir da sind gut zu wissen das heißt aber eigentlich gerade das wach und man sieht hier als dann hat man einfach ein gehörigen vorteil ob sie für diese aktion erhalte fest noch mal also wir würden wir den teil jetzt noch mal ja ich bin ich gerade da ja der dritte da ist es dann kann man alle alles ficken was einzulich wer kommt auf gut und das war mies wir haben noch ein glück noch einen zweiten gemacht doch bin ich weiter hinten so select selber geben das passt so was für glück also man das lebt mich jetzt selbst ist es passiert bei eigenes kann man das verhindern ja jetzt konzentrieren wir uns gehen da hoch macht nächstes du kannst auch was kleiner den stern bekommen ja das ist egal ich kann dir sowieso noch mal ein Leben und deswegen brauche ich das na dann außer dem möchte ich das für mein Ziel so perfekt äh speicher mal Y ja safe eigentlich das ganze hier nur eine reine safe reihe doch es ist was solltet ja so das war deine oder ist der Norge Prozent bei Lohr nachdem er die den anderen so gemerkt so lange kommen alle Frieden von diesem Game du wirst du nicht da nicht hinbekommen ja aber nur weil ich scheiße springe und nicht weil ich irgendwas tatsächlich falsch mache du machst alles falsch ja aber egal speichern ja ja ok 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 ich weiß jetzt auch noch mal ein bisschen so gehen damit wir keine scheiße haben ich weiß jetzt hier einen anderen zum Nux heißiges weiß hat der Ding ist springen du kannst ihn immer noch gut ich möchte das da da ja und jetzt gehen wir alles mal durch die gegen die man bekommt auch hin ja eindeutig ich bekomme es hin äh Lucy so ähm du bekommst es hin David wenn ich auf der Plattform bin dann speicherst du nochmal ok warte mal da 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 ja das hat meine Presse schon hin ja hast du es selbst ja ja jetzt weiter safe bei gibt's ich und zu und laut 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 um denn irgendwie blöd wird dass man immer noch um unterfallen kann also ja da gibt es einen zu machen jeweils zu neid haben sie bei spiel die anfänger bei was man einfach immer immer gewinnt achten wir es helfen so zählen sich zu tun jetzt weiter gut dass wir gespielt haben laut im zimmer ja okay das glaube ich dir da ist die katze die kraft nachbarn geht laut dann ist der gerade hochgekehrt warte mal ach scheiße das ist das ist das ist das ist das ist Was ist denn? Nein! Aber gut, wofür speichern wir ständig? Nicht wahr? Ah, ja. Was für ein schlimmer Vormittag. Nein! So. Wieso riecht es hier nach Babynahrung? Zu Katzennahrung. Falsch. Oh du dumm. Das ist schon vorher aufgefallen. Weil ich weiß. Egal. Okay, perfekt. Äh. Super. Ja. Und hier. Und hier. Krass. Krass. Wieso, jetzt ist mir auch passiert. Kann das sein? Ja. Blaue. Was soll man tun? Äh. Not. Gestern. Ja. 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 Wahnsinnig. Ich stelle mich an. Echt wie der größte Idiot. Ich stelle mich an. Ich bin. So. Ja. Okay. Hier kommt jetzt Y. Ypsilon. Ypsilon. Ich nehme dich. Äh. 3. 2. 3. Ich nehme dich. Nein. Genau. Perfekt. Perfekt. Ich bin kein Blut. Ich versteck. Habt ihr ja keine böse Schildbrüte? Bestimmt. Bei euch ist es völlig egal. Bleibt so herzlos. So weiter. Feier. Sech. Sind die weitergekommen? Passt schon. So weiter. Feier. Sind die weitergekommen? Ich bin kein Blut. Hol die Knarre raus. Äh. Kann ich doch besser. Obwohl nein kann ich nicht. So. File. Save. Y. Ja. Da seht ihr das Problem. Laden. Y. Öff. So. Dann hast du uns immer wieder gegen die Runde. Alter. Wo bist du jetzt hängen geblieben? Ich bin froh, dass der Emu ist hängen geblieben ist. Hä? Äh. Es passiert auch, dass der Emu einfach hängen bleibt. Da denk ich es mir auch nur so geil. Hallo. So, aber ich meine ich einfach nicht nur geile. Oh. Äh. Egal. Oh. So geil. Oh. Ja. Die Katze direkt hier auf mein Sohn. Ich bin gleich wieder da. AAU! Du machst meine Hose dreckig Katze. Nein. Ich bin ganz frei gefunden. Ich bin ganz frei gefunden. Ja. So. Ja, guck. Pass auf, dass sie nicht über die Tastatur läuft. Meine Mutter hat sie nämlich neulich, wie sie über die Tastatur gelaufen ist, in der Datei gelöst. Ha. Man will die Katze kennen, weil wir jetzt über die Tastatur gelaufen. Also, vielleicht... Egal. Also, die Fähigkeit kennt mich jetzt aus, aber hier ist die süße Katze davor. Das ist sehr süß und witzig. Aber das nervig ist ein erst kompliziert zu sein, ne? Konzentriert sich nicht nervig. Aber... Frau Kaiser hat nicht zwei so stehen. Ja, drück mal irgendwie... Frau Kaiser? Ja. Die neigt dazu, auf Tastaturen zu drücken. Ich weiß. Nein, stimmt ja. Schon wieder derselbe Fehler. So. David? Vielleicht mit der Katze hier aufm... Tess ist das viel witziger. Ja. Er ist motiviert. Ja. 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 Nein, die Katze verlasse ich nicht. Ah. Nein, die Katze verlasse ich nicht. Ah, nein. Das ist jetzt nur hier jetzt. Ja, ja, auf mir. Das kann auch Rest sein. Und du kannst noch weiter kommentieren. Die Katze steigt da. Ähm. Was? Ja, witzig. Da Katze, wo ist jetzt eigentlich hin? Und nicht deine Krallen wieder in meine... Kennt ihr euch auch, Leute? Ihr habt die Katze. Und dann fängt ihr an, die Krallen in euer Bein zu krallen. Yay. Gibt aber Katzen, die machen das und Katzen, die machen das nicht. Ja. War jetzt einen guten Freund von mir. Die eine Hälfte der Katze macht, da ist die andere Spezies nicht. Aber du ist weitergekommen, ne? Wo hängst du jetzt? Ja. Hast du zweimal geselfstatest für den Notfall? Ich hab das nicht zweimal geselfstatest. Oh, jetzt haut die hier zu die Katze, was du machst, auf dem kleinen Bildschirm. Perfekt. Jo, ich glaub, die verfolgt die Bälle da. So, okay. So, erst wieder safen. Ja. Bist du... Ja, na, 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 na. Nicht ein Bild zum ersten Kaiser-Kaiser-Kaiser. Ich kann es dabei. Ja, genau. Die Inschung kann man nicht essen. So, time-up. Nein. Du hast nur noch 40 Sekunden. Nein. Oder time-up. Richtig. Du hast nur noch 40 Sekunden. Ja. Okay, dann muss ich halt neu spawnen. Mach doch einen anderen Safes. So, warte. Dann safe das jetzt hier. Hast du nur noch zwei Leben, allein Leben, aber hast viel Spicerraum. Ja. Da ist viel Zeit. Ja. Dann schaffst du das Leben. Oh Gott. Erstmal abspeisern. Frau Kaiser hilft doch mal. Ja. Seelischen Weisstand leisten. Frau Kaiser leistet mal seelischen Weisstand. Aber schnell. Glaubst du einmal mehr, mmmmm, gibt's dich vielleicht nicht. Du hast viel Schicksale, mal jetzt. Du hast inte der in der halbe Seite bekommen, einen Link in der RV. Jens, lass uns ey reise verpacken. Ja, ich glaube, das ist in der Tat hart. Oh nein. Ich lasse noch mal. Ja. Okay, wir machen ihn jetzt zu. Warte. Das war ein Niza. Okay, David? Gerade wird so gut durchgeflutzt. Das Element schaffe ich nicht. Das hast du. Ich bin völlig verzweifelt. Sonst habe ich es mal für mich. Es ist es. Ich probier's schon. Warte mal. Ich speichere nach jedem ab. Ja. Okay. Du musst jetzt erstmal tragen. Wöhn hier. Ja. Aber. Okay, ne? Oh, keiner kommt nicht. Okay, bitte. Okay. Du hast. Ich beiße wieder ab. Ja. Das ist die deutlich bessere. Alle zwei Sprünge speicherst du ab. Warte. Jetzt habe ich das falsche gedrückt. Nein. Ich möchte da sicher gehen. Das ist. Warte mal. Das kann man sehen, weil dann hier öffnen steht und nicht speichern. Ja. Ja. Schieß. Speicher. Ach komm. Da waren wir ja laut. Ja. Spicer. 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 Ja. 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 das ist krass und zwar wenn ich sage krass da meine ich das auch jedenfalls glaubt ihr dass wir es helfen oder nach der pflanze macht er so nun ja sie ist ja so gehen aber es ist ähnlich man das level gut das bisher geschäft haben immer wieder so irgendwie gut da hat man das gemacht haben so überla unten und da haben wir das level endlich das war's mit dem paar liebe leute im nächsten geht es weiter mit dem letzten level macht's gut bis zum nächsten mal und ciao